Reden ist Silber. Ich drücke mal kurz einen Pickel aus, dann können wir reden. Streiten ist Gold. Ich bin richtig pissend. Hab ich dich einmal angekappt? Rede bitte so nicht mit mir, ja? Ihr denkt, ihr seid hier die Opfer. Was ist mit uns? Ich kann das nicht mehr mit Jeremy. Manchmal komme ich mir hier vor wie bei Beauty and the Kindergarten. Und Sprachlosigkeit ist unbezahlbar. Augen auf! Oh mein Gott! Beauty and the Nerd. Donnerstag, 20.15 Uhr. Pro 7. Oder jetzt schon auf Join Plus.